Utthita Chakra Vakasana ist die aufgerichtete Rostgans, die ausgestreckte Rostgans. Chakra Vakar ist die Rostgans, Utthita heißt ausgestreckt oder aufgerichtet. Daniel zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Tisch, auch Kuhstellung bezeichnet. Von hier ausgehend strecke das rechte Bein nach hinten aus und strecke den linken Arm nach vorne aus. Das ist dann Utthita, das heißt ausgestreckt, Chakra Vakasana, Rostgans. Es gibt jetzt noch verschiedene Variationen. In der Grundstellung hältst du den linken Fußrücken auf dem Boden. Den linken Fußrücken auf dem Boden und der rechte Bein ist nicht gehoben, sondern nach hinten ausgestreckt. Du versuchst den Fußsohle nach hinten zu geben und den linken Arm nach vorne. Wir bezeichnen diese Stellung bei Yoga Vidya manchmal auch gerne als diagonale Katze, diagonale gedehnter Tisch. Diese Stellung spielt im Rücken-Yoga eine wichtige Rolle, weil du nämlich hier die Gesäß und die Rücken- und die Schultermuskeln trainierst, ohne dass dabei die Wirbelsäule belastet wird. Du kannst daraus auch dynamische Übungen machen. Das wäre aber das Thema eines anderen Videos. Unter der Bezeichnung Katze oder auch Madjari-Asana findest du viele Variationen von diesem und anderem Asana. Wenn es dir gefallen hat, klick doch auf Daumen hoch, gefällt mir oder teile die Sendung mit anderen. Daniel, Eduard hinter der Kamera und Sukadev wünschen dir viel Freude beim Yoga.